die sind gerade die sind gerade von mir rumgerannt super jetzt ist der scheiß schützschild die da auch in random sein zu laden ich mach gar nichts jo Leute willkommen zurück zu einer kurzen Folge Blendezeit heute nur 20 Minuten also zwei Folgen mit Sven und Markus Hallo Hallo ja eigentlich war Minecraft dran gewesen aber irgendwie wollte mein PC nicht dann haben wir es nicht hingekriegt oder ich hab's nicht hingekriegt vorher verkehrte sage und ja manchmal Blendezeit 20 Minuten und dann kommt demnächst irgendwann Minecraft dran weiß man nicht wann aber das nehmen wir auch noch hin mehr oder weniger irgendwann eher weniger ich bin für mehr ja mehr wäre nicht verkehrt mehr ist immer gut aber wenn wir weniger haben können wir nicht mehr machen was war das jetzt würde gerade von der Supernova vom Himmel geschossen klingt so irgendwie dass er irgendwie genau die Sonne explodiert wäre oder so ja ich hab meinst du selber nicht gefasst ganz gechillt durch die Gegend und auf einmal explodiere ich McRider Supernova ist klar ich war irgendwie so 200 Meter über dem Boden ungefähr und auf einmal BAM fliege ich in die Luft ja ich bin da bei TR in der Base ok dann kommt ja dafür gegen gar keinen wir haben eh keine Chance mit zu karen wie viel Prozent sind das eigentlich noch 30 äh 87 mit 6% Gewinn äh Geländebeteiligung aber wir haben jetzt 30% Kontinent Pop ok super oh mein Gott oh Markus ist auch endlich mal online wir nehmen schon seit zwei Minuten auf und Markus ist online ach nee du hast es in der ersten Worte ja du hast ja poppt im Internet sogar dein Updater sagt du hast einen Balllappen im Internet auch nicht ein Update nicht sagen das weiß ich jetzt schon nein das nicht ich meinst du 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 weil es hat er nämlich nicht gefunden Kappel für die ich will nicht wir haben auf dem S DMS abgleich die ich will mich aber ich will irgendwas in der Luft mal machen aber du suchst du natürlich die Base aus wo viel Reddoktober auch so also wurde er eingetragen das ist das sehe ich nicht eigentlich die Ressenten der Welt und die Reddoktober in der Luft um wir haben gerade die Schildschuldschuldschuld aber wir haben Arzt und haben wir doch haben mit meiner Ereignisse und nicht gehen er hat was hat er war zu denn das ist auch nicht daheim oder besser spielen um ich bin wir haben uns so will immer krass unnötig auf jeder Schlacht jene 1.000 abringt ja gut mit 2.8 nicht so unnötig wie Futur das ist ja nicht gut oder so was schon wieder in den Blut einladen Sven Rex die sind grad die sind grad von mir herumgeraten so bei sich das scheiß schuldig da wenn wir sind dann nicht noch kein öffentlichen Kopf auch für den Feuer ja eben wir werden was macht man noch mal von den Alarm fertig spielt und nicht nur nach 20 Minuten wieder geht was soll für den Ball natürlich das wird für alle doch wurde durch die Bahn 8 sie kann sich nicht weil du kannst ich gar nicht aus dem Punkt wollen ja also aus dem Trupp kannst du nicht fallen, ich wollte gerade sagen, vom TSG, ich habe gar nicht so vieles gesagt vom TSG kann ich mich auch ja, kannst du nicht fallen, aber ohne Grund, das ist unbegründet ne, du bist du, sorry muss man nicht begründen, das versteht jeder das versteht jeder, Mama Arsch, versteht er ne, mein Arsch versteht das nicht nein, ach ich dachte, wum Mann, das ist ein langweiliger Kampf, ich bin schon einmal gestorben und bist schon einmal gestorben und ich renne hier nur von links nach rechts natürlich bitterfittig Arsch und Köln also, Luftraumversuch zu starten und da wurde ich von Red Oktober ziemlich gerabt, wenn du dich daran erinnerst weil man hintereinander wenn du dir wieder die Base mit den ganzen Red Oktober Leuten rausgesucht hast ja, hab schon aber ich zeig mal die Karte, also wir haben die Wahl zwischen ein, zwei Warno, eine Warno, zwei Warno, eine Warno B, zwei Warno B, eine Terrano B, bitte die Warno B, bitte die Warno B, bitte die Warno B, unten verteidigen und Punkte so langweilig ist es langweilig, Alter weißt du, wenn ich jetzt in die andere Base renne und da drei Kills mach, dann hab ich wahrscheinlich mehr Punkte gemacht wie in der Technikanlage richtig soll ich dir ein Transportmittel zur Verfügung stellen ja, ich kann mich nicht so hin transportieren dann bliege ich selber warte, nehm ich mit, also nein, kann ich nicht ich zeig ein nach dem anderen, Alter so gut, ja ja, der Markus macht wieder Killfarm äh, nein ich mache XP-Farm, ja mit Widerleben und Heilen und Abschirmen eben Abschirmen 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 ja, diese Schilder halt ja, genau Abschirmen, schau auch was auf hier Markus, das ist krass, der Abschirmer ja, wir müssen den A-Punkt mal räumen boh, die Lebens aber ich glaube, ich kann in den A-Punkt nicht reinschießen da stehen hier X-E oder geht das? boah, fuck, nein ich bin kein Pilot hab ich das schon mal gesagt nee glaube ich noch nie erwähnt das ist das war die neue 90er noch gekillt werden können hallo, neue 90er wasch, wo ein Kill leck mich abfassen, das hat mich nur ein Weaver gekostet wow, das hat mich nur ein Weaver gekostet dann warst du aber nicht sehr gut drauf natürlich bin ich gut in Weaver fliegen ja, ich bin noch in der Luft das Problem ist, die Leute verkennen sich alle mit Lock-On zum A-Punkt Lock-On 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 Plus A-Punkt das A-Punkt ich nehm die Pseudo-Panzer-Frecher versuch grad den Jens-Anderer zu rapen, weil ich schaff's nicht ich such grad den Lightning, wo hier steht jetzt hab ich ein Problem weil ich brenne und grad mit einer Lock-On abgeschossen werde das ist meiner, geht weg mein Kill es war keiner drin gesessen, aber es war mein Lightning nein, 500 XP ja, wir haben die Base-Super verteidigt echt? ja wir verlieren sie doch gar an dem Gewinnserver ja, aber irgendwie ist es jetzt, es fand grad gar nicht so weil es scheiß schlachten sind vielleicht so, also ein Angebot das Angebot und natürlich stellt man den Sander direkt in den Fahrweg von einem Infanteristen was? äh, ein Panzer nein, nur assist ach man liegt da schon wieder ne Skype und das gleiche wie die ist es Skype ja, mach mal Wegpunkt, also der nächste Phase bringt ja auch nix die Schlacht ist echt Käse kein Punkt da, Preuss ja, Fußnägel schneiden ist interessant ne, ich kenne dich nicht relativ, Robert dass da Fußnägel schneiden interessant ist wohl nix ne, komm, du, du, so'n Solo-Harriser ist schon interessant ey, ich bin Solo-Light nicht das ist nicht interessant, weil das kann ja jeder was? ich hab die Basilisk warum hab ich die Basilisk oder einfach verkastet oder einfach verkastet oder einfach verkastet nein, ist der Bug wieder ich hab meinen Hellbett ausgerüstet, aber der setzt doch jedes Mal zurück oooohh war ich hier grad mit der Basilisk aber weißt du was? ich wette, ich schaff's sogar mit der Basilisk ein Kitzel raten allein? ja, allein auch nicht gegen Panzer doch, bin grad dabei ja, okay kann schon sagen, ja was, kannst du, kann ne Panzerbrecher? was ist das, was ich grad worden los? was du bist? dass halt diese Drecksandra war für die Standard ja, cool, also schießt ihr halt nen Lappen, bis sie weg hast ja gut, der war nicht bis jetzt für die Zubzeichen der 98er von Alpi so, jetzt noch Fragen? naja, wo gibt's was zu essen? ja, nicht hier, meine, du kannst ja mal freundlich die haben nicht getötet kannst du ja bei, äh, hast du ein bisschen abgepasst? weißt nicht ich hab gemeint, warum komm ich da nicht durch? fettig, wo ich's was beschießt mich da? kräftige Arten, Leute willst du mich verarschen, du Idiot? schießt mich mein eigener Mann ach so, hinten bei uns kommt